6.15. Als nächstes kommt es Handpen! 8.15. Als nächstes kommt es Handpen! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dieses war der erste Streich. Die Gruppe Handpans Nummer 1. Und jetzt kommt die zweite Gruppe. Und das erste Stück war so ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück, das wir uns erdacht haben. Und jetzt kommt ein Reggae-ähnliches Stück, wir nennen es Uhu Reggae. Und jetzt kommt die zweite Stück, das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück, das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück. Und das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück, das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück, das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück. Und das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück, das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück, das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück. Und das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück. Und das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück. Und das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück, das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück. Und 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 das ist ein Kul-Kalypso-ähnliches Stück.